Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich mit euch über verschiedene Krankheitsursachen sprechen. Und eine Ursache, die häufig genannt wird, sind die Konstellationen von den Planeten im Geburtshoroskop und auch die Transits, also wie die Planeten sich im Moment dann bewegen und die Auswirkungen auf dein persönliches Geburtshoroskop. Und viele Leute denken, dass sie davon krank werden, habe ich auch schon mal gedacht, aber es ist wirklich so, dass das halt einfach nur irgendeine Krankheit begünstigt, aber das heißt nicht, dass die Leute das bekommen müssen. Genau wie man im Geburtshoroskop zum Beispiel lesen kann, dass eine Person eine Tendenz hat für kalte Füße, für irgendwelche Darmprobleme, für Depressionen oder was auch immer und das heißt aber deswegen nicht, dass sie das hat. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Und das gibt es in beiden Systemen, also in dem vedischen System und auch in dem normalen Tropical Placidus System. Und ich habe das in Oregon und in Argentinien gelernt und es ist wirklich spannend, wie man dem entgegenwirken kann. Also in Indien ist es so, da werden zum Beispiel die Geburtshoroskope schon bei der Geburt gelesen und dann einfach, wenn man sieht, dieses Kind hat die Tendenz, zum Beispiel, dass es hat zu viel Feuer, dann wird dem gleich entgegengewirkt, indem man halt darauf achtet, dass man irgendwas anderes macht, um dem entgegenzuwirken mit viel Wasser. Und das ist wirklich was, was man gut machen kann und deswegen ist es auch sinnvoll, zum Beispiel ein Geburtshoroskop aus der Sicht von der medizinischen Astrologie machen zu lassen. Ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Grund, um die Krankheiten voranzutreiben, aber nicht unbedingt die Krankheitsursache. Tschau!